Und damit sage ich erstmal Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Buchvorstellung. Heute mit dem besten Buch, das ich 2022 gelesen habe. Was nicht leben darf von Brad J. Talley. Und gleich am Anfang muss ich sagen, das Buch ist wieder limitiert. Diesmal nicht auf 999 Exemplare, sondern auf 1500. Also ihr, es gibt diesmal eine bessere Chance, das Buch vorzubekommen. Es ist in der Buchreihe Lovecrafts Bibliothek des Schreckens erschienen, im Fester Verlag. Und es ist ein ganz moderner Autor, der heute auch noch lebt. Und es ist ein ganz dickes Buch. Und es ist ein so fantastisches Buch, dass ich so hin und weg war, als ich jetzt so dolle krank war und nicht reden durfte, habe ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als dieses Buch zu lesen. Und ich war sehr traurig, als ich damit fertig war. Also ich bin so begeistert von diesem Buch. Und ich werde euch erst den knappen Text vorlesen und dann etwas dazu sagen. Um das Necronomicon zu verstehen, bedarf es des Incendium Maleficarum. Und beide Bücher zusammenbringen das Ende der Welt. Der Student der Miskatonic University, Carter Weston, wird von seinem Professor auf eine wichtige Mission geschickt. Er soll in der Kleinstadt Anchorhead das mysteriöse Buch Incendium Maleficarum, das Inferno der Hexe, finden. Das eigentlich verloren geglaubte Grimoire ist für den Lehrstuhl von unschätzbaren Wert und darf unter keinen Umständen in falsche Hände gelangen. Carter nimmt die Aufgabe an. In einer geselligen Runde mit vier Einheimischen lauscht Carter ihren Geschichten und kommt dem Geheimnis des Buches näher. So beginnt sein Trip an die Grenzen des Wahnsinns. Ich hätte das jetzt anders beschrieben oder einen anderen Klappentext drauf gemacht. Ich sage euch nämlich mal warum. Da, Joraj, vielen Dank für drei Monate. Ein... Ich gebe euch jetzt einfach meinen Inhalt wieder. Ein Typ sucht denen quasi das Gegenstück zu dem Necronomicon. Necronomicon, nämlich dieses Hexenbuch. Das eine Buch beschreibt den Schrecken in der diesseitigen Welt und das andere Buch in der jenseitigen. Und wenn man beide zusammenführt, oh Lord. Auf jeden Fall ist es eine düstere Nacht. Er ist dort mit fremden Menschen in einer Spelunke eingesperrt draußen. Es ist ein Sturm und sie fangen an, sich Geschichten zu erzählen, warum es das Böse wirklich gibt. Und dann haben wir also die Rahmenhandlung um diese vier Geschichten in der Geschichte. Und diese Geschichten sind so gut und wirklich, wirklich gruselig. Es ist ganz interessant, weil nämlich mit einem... Immer so mit Legenden und mit einem örtlichen Schrecken gespielt wird. Natascha K., vielen Dank für ein Jahr. Oh mein Gott, danke. Zum Beispiel mit dem Wendigo. Da war also einer in den Wäldern in Amerika und hat eine Erfahrung mit dem Wendigo gemacht. Das ist auch meine persönliche Lieblingsgeschichte. Die werden wir heute anlesen. Und innerhalb dieser Geschichte wird es eine Verbindung zum Lovecraftschen Universum geben, das absoluter Mindfuck ist. Und dann merkt man als Cäsar auch schon, wohin es geht. Die nächste Reise geht nach Rumänien. Und was kennt man in Rumänien, was so... Oder ist es generell aus Europa? Was dort in den Wäldern lauern könnte. Neben Vampiren auch Hexen, verwunschene Schlösser, dichte Wälder. Und auch dort gibt es wieder eine Verbindung zu der ganzen Welt von Lovecraft. Und je weiter man als Leser so reinversingt, denkt man sich, wow, alles kann man mit Lovecraft erklären. Das ist einfach fantastisch geschrieben. Diese vier Geschichten an sich sind so... Allein deswegen lohnt es sich schon, sich das Buch zuhören. Natürlich ist es natürlich auch wieder ein tolles Sammelstück. Von davon abgesehen. Und die Thematik ist auch so super. Aber diese vier Geschichten haben mich echt umgehauen. Wirklich. Und wir werden jetzt den Anfang der ersten Geschichte lesen. Ihr könnt auf der Seite von Pesta Verlag könnt ihr euch auch immer einen Ausdruck des Buches runterladen und lesen. Das ist immer der Anfang. Die ersten 20 Seiten, 30, manchmal 35 Seiten. Könnt ihr dort immer kostenlos lesen. Wir fangen ein bisschen weiter in der Mitte an. Diese ganze Anfangsstory überspringe ich heute mit euch. Und ich lese euch den Anfang der Geschichte vor, die mir am besten gefallen hat. Sie ist politisch nicht ganz korrekt. Darum soll es heute nicht gehen. Also ich werde das Wort Indianer sagen, auch wenn es eigentlich heute nicht mehr gesagt wird. In der Geschichte ist es noch geschrieben. Weil es eben früher spielt. Und das war so der Ausdruck dafür. Soll es aber nicht recht verdienen, dass man das Wort nutzt. Das wollte ich nur dazu sagen. Und ja. Es wird kein E-Book von diesem Buch geben. Also es gibt es nur als Printversion. Und nur auf 1500 begrenzt. Also, wenn es euch gefällt, dann holt es euch direkt auf der Homepage von Pesta Verlag. Das ist ohne ISBN. Also ihr bekommt es in keinem Buchladen. Und jetzt lehnt euch zurück für meine Lieblingsgeschichte aus diesem Buch. Ich war, wenn ich das so sagen darf, vermutlich nicht viel älter, als sie es jetzt sind. Vielleicht sogar jünger, wenn ich sie mir so ansehe. Ich bin Pelzhändler gewesen, wie schon mein Vater vor mir und dessen Vater vor ihm. Und so ging es weit zurück bis zu meinen Ahnen, die aus dem alten Land hierher gekommen waren. Das sind Hugenotten gewesen. Oh ja. Sie sind von der einen Verfolgung geflohen und in die nächste geraten. Da war es wohl nur passend, wenn sie im Wald und in der Wildnis eine neue Heimat gefunden haben. Ich hatte das Gewerbe von meinem Vater erlernt. Aber jetzt wollte ich zum ersten Mal auf eigenen Beinen stehen und würde so allein sein wie nie zuvor. Aber gewiss nicht ganz allein. Vermutlich wissen sie das nicht, aber ein Pelzhändler reist niemals allein. Wir arbeiten in Gruppen. Dazu gehören Pferdenleser und Fallensteller und jemand, der mit Topf und Pfannen und am besten auch noch mit Hammer und Säge umgehen kann. Und sein Arzt war damals ebenfalls dabei, wenn wir einen finden konnten. Ich war zu jener Zeit in Monterey, einem wilden Flecken in den Birkenchers. Auf jener Reise waren wir zu fünft. Der Einführer war Tom, ein großer Mann, der wie aus einem Marmorblock gemeißelt wirkte. Tom war ein Freund meines Vaters aus dessen wilderen Zeiten und hatte sich bereit erklärt, mich als seinen Lehrling auf diese Reise mitzunehmen. Dann war der Dr. Stanley. Wir haben nie erfahren, ob ein richtiger Arzt war oder nicht, aber er hatte im Werkland den Ruf eines Mannes, auf den man sich verlassen konnte und er wusste, wie man Fieber oder Übelkeit behandelte. Außerdem konnte er einen Wagen reparieren. Das war wichtig, denn einen solchen zogen wir hinter uns her. Wir häuteten die Tiere sofort, nachdem wir sie getötet hatten und beluden dann den Wagen mit so vielen Pelzen, wie er aufnehmen konnte. Wenn uns die Vorräte ausgingen oder der Wagen voll war, begaben wir uns zurück zu dem Außenposten entlang der Flüsse. Aber das war immer der unangenehmste Teil der Reise. Ein Rad konnte brechen, der Wagen konnte stecken bleiben. Ohne einen Mann, der ein wenig vom Zimmererhandwerk verstand, waren wir verloren. Ich wusste auch etwas darüber, aber der Dock war der Beste mit dem Messer, ob er nun ein Mann oder ein Kieferbrett aufschnitt. Andrew war ein weiterer Fallensteller, ein drahtiger Geselle und was für einer. Das kam mir von Anfang an etwas launisch vor und ich betrachtete ihn sofort als seinen Mann, dem man nicht vertrauen durfte. Joe war unser Scout. Er war ziemlich rätsel, von Beruf mochte er zur Fährtenleser sein, aber tatsächlich war er wohl besser als im Fallenstellen, als der Rest von uns. Es hieß, er sei zum Teil Indianer, aber ich erfuhl nie, ob das wirklich stimmte oder nicht. Er starb so schnell und er war still, sprach kaum ein Wort. Und dann war da noch Travis. Travis war ein erfahrener Kerl. Er kannte die Wälder, kannte die Geheimpfade und die dunklen Orte, an denen sich die besten Pelze versteckten. Aber an dem Mann war etwas Seltsames, etwas fehlte in seinen Augen. Ich weiß, wie komisch das klingt, doch das war damals mein Gefühl, als ob er irgendwie leer wäre. Aber Tom wollte ihn dabei haben. Tom und Andrew, Travis und ich, das war eine ziemlich gute Mannschaft. Es herrschte kein Zweifel daran, dass wir auf dieser Reise eine Menge Geld machen würden und deshalb waren wir ein wenig ausgelassen, was bei Männern wie uns durchaus üblich war. Am Abend für unsere Abreise flossen Wein, Whisky und Rum in Strömen. Tom hatte eine eiserne Regel für die Jagd. Kein Alkohol, keine Ausnahme. Da es die letzte Nacht in dem Ort war, hatten wir wohl etwas mehr getrunken, als gut war. An jenem Abend arbeitete ein Mädchen in der Bar, eine Indianerin. Travis beobachtete sie die ganze Zeit über. Sie war schüchtern und schmächtig, dunkle Haare und dunkle Haut, jung, nicht älter als 16, wie ich vermute. Immer wenn sie an uns vorbeiging, packte Travis sie, zog sie zu sich heran und sagte ihr, sie sei ein hübsches, kleines Ding. Mir kocht nur heute das Blut, wenn ich nur daran denke. Es lag etwas Krankes in seiner Stimme, etwas hässliches und gottloses. Er war verkommen, einfach verkommen. Wie dem auch sei, zuerst gehorchte sie ihm, sehr wie jedes gute Mädchen in diesem Beruf es tun würde. Aber dann war es irgendwann selbst für sie zu viel, die ihr Geld doch mit Männern wie Travis verdiente. Sie wehrte sich und versuchte wegzukommen. Andy, so nannten wir Andrew, sagte ihm, er soll sie in Ruhe lassen. Travis sah ihn nur an. Er ängstigte mich mit diesem Blick. Ich wollte mit dieser Sache nichts zu tun haben. Ich verließ die Bauen von Tom draußen, wo er seinen Tabak rauchte. An jenem Tag lag eine Ahnung von Schnee in der Luft, aber es war nicht kalt. Bist du bereit für morgen? fragte er zwischen den Rauchwolken hindurch. Ich war mir nicht ganz sicher. Bisher war ich immer mit meinem Vater losgezogen, niemals mit jemandem, den ich nicht kannte. Glaub ich nicht, dass... sagte ich und legte so viel Zuversicht in meine Stimme, wie ich konnte. Gut, denn ich werde dich brauchen, sagte er. Er erklärte nicht, warum das so war. Ich nickte bloß. Ich hatte gelernt, Männer wie Tom nicht anzuzifeln und ihnen nur solche Fragen zu stellen, die wirklich eine Antwort bedurften. Aber ich müsste lügen, wenn ich verheimlichen wollte, dass an dieser Nacht etwas war, das mir Angst machte. Ich weiß nicht, woher ich es damals gewusst habe, aber die Reise führte sich schon falsch an, noch bevor wir aufgebrochen waren. Ich stolperte durch die Dunkelheit, während der Whisky mein Hirn vernebelte. Ich weiß nicht, wie lange es dauerte, bis ich endlich den Weg in meine Kurier gefunden hatte, aber ich weiß noch genau, dass ich in dem Moment einschlief, als mein Kopf auf das Kissen traf. In dieser Nacht hatte ich Sätze mit Roma. Es waren Nachtmahre, voll von Lichtblitzen und Donner. Ich war im Wald und ich war allein. Ich erinnere mich daran, dass ich verblüfft über meine Einsamkeit war, noch während ich schlief. Geh niemals allein zum Fallen stellen. Das war die Hauptregel meines Vaters gewesen, aber da war ich nun, ohne eine andere Seele in Sicht. Es war ein vertrauter Wald und ich spürte, dass ich ihn kannte, aber in dieser Vertrautheit lag auch eine große Angst, als ob etwas nicht ganz richtig war. Der Wald war wie Travis' Augen. Es fehlte etwas, etwas Grundlegendes und Gutes. Und der Wald war zu still. Eine Stille, die war so unnatürlich wie vollkommen. Nichts bewegte sich in ihm. Nichts. Und dann war es Nacht. Ich kann es nicht erklären, aber genauso schnell, wie man ein Streichhölz entzündet, war die Sonne vom Himmel verschwunden. Dunkelheit und Stille, Resolation, Einsamkeit. Das war es, was mich überwältigte, aber da meldete sich auch eine Stimme in meinem Kopf. Ganz ruhig, Jack, ganz ruhig. Du musst deine Aufgabe erledigen. Wenn du es nicht tust, wird es niemand tun. Also setzte ich mich in Bewegung. Doch dann kam der Donner und danach das Licht. Es brüllte und blitze durch den Wald und wegen der Stille, die es zerschmetterte, war es noch schrecklicher. Dann übertönte ein einzelnes Röhren alles andere. Das Kreischen eines Vogels, einer großen und furchtbaren Bestie, anders als alle Flugtiere, die je ein Mensch gesehen hat. Ein gewaltiger schwarzer Schatten fiel so schwer über mich, dass sie in selbst die Lichtblitze nicht heben konnten. Da erwachte ich schweißgebadet und schreiend, ruckartig richtete ich mich in meinem Bett auf. Joe saß mir gegenüber, starrte mich bloß an und seine schwarzen Indianeraugen waren so unergründlich wie die Bedeutung meines Traums. Was hast du gesehen? fragte er. Und falls er davor schon etwas zu mir gesagt hatte, erinnere ich mich nicht daran. Nichts, nur ein Traum, sagte ich. Kein Traum. Was hast du gesehen? fragte er noch einmal mit größerem Nachdruck. Er machte mir Angst, aber ich wollte nicht mehr daran denken, gleichgültig, was er tun würde. So erwiderte ich bloß, habe ich doch gesagt, nichts. Jetzt bin ich alt genug, etwas zu wissen, das ich damals nicht gewusst habe. Einen wütender oder verängstigter Mann kann jederzeit umschwenken. Er kann ausrasten, wie man sagt. Und damals rastete Joe aus. Er sprang von seiner Kuh hier auf der anderen Seite des Raumes, schoss auf mich zu und packte mich an der Kehle. Aus seinem Mund kamen lauter, aber falls es Worte gewesen sein sollten, war ich damals nicht in der Lage, sie als solche zu erkennen. Ich glaube, er hätte mich getötet. Ich bin mir sogar verdammt sicher, dass er mich töten wollte, aber plötzlich spürte ich, wie er von mir wegflog. Ich schaute auf und so aus meinen Augen schlitzen, wie Tom und Joe durch das Zimmer schleuderte, als wäre ein Sack mit schmutziger Wäsche. Ich erinnere mich, dass er wie Zeus persönlich brüllte. Genug, ihr beiden! Packt eure Sachen zusammen! Wir sind hier nicht mehr erwünscht! Wut lag auf seinem Gesicht, aber ich begriff trotz meiner Jugend, dass sie sie nicht auf uns richtete. Noch einen Augenblick lang stand er so da, dann drehte er sich um und sagte dabei, sei denn fünf Minuten beim Wagen. Drei Minuten später trat ich in die Morgensonne. Tom lud zusammen mit Dr. Stanley die letzten Vorräte auf den Wagen. Travis war ebenfalls dort. Er saß auf dem Kutschbock und rauchte eine selbstgeräute Zigarre. Er grinst und wie bei allem, was Travis tat, lag keinerlei Freude daran. Es war nur ein kaltes, höhnisches Grinsen. Joe und ich gingen gemeinsam zu den anderen, aber ich hielt Abstand. Was ihn vorhin auch immer überkommen haben mochte, jetzt war er so schweigsam wie ein Grab. Dasselbe versteinerte Gesicht, das er vermutlich immer zeigte. Ich konnte sehen, dass Tom und Travis miteinander sprachen und er war deutlich zu erkennen, dass es kein angenehmes Gespräch war. Verdammt Travis, hör dich in den Sacken. Du bringst uns Unglück, jetzt schon. Ich hörte, wie Travis daraufhin fluchte. Mir selbst bringe ich aber Glück, Kapitän, knurrte er mit seiner tonlosen Stimme. Ich hatte keine Ahnung, woher er kam. Seine Stimme verriet es auch nicht. Ich wusste nur, dass ich den Geburtsort eines solchen Menschen niemals besuchen wollte. Das glaube ich dir gern, Travis, erwiderte Tom. Das steht zu befürchten, nicht wahr? Ich wusste nicht, worum es ging, aber ich war sicher, dass es etwas mit Toms plötzlichem Verlangen zu tun hatte, diesen Ort so schnell wie möglich zu verlassen. Schweigend lud ich meine Ausrüstung in den Wagen und kletterte hinterher. Joe und der Doc folgten mir. Andy schlick herum und tat, sein Bestes unsichtbar zu bleiben. Das war wohl seine Art. Tom packte die Zügel, der Pferde und wir waren abreisebereit. Wenn wir etwas schneller gewesen wären, würde ich vermutlich jetzt nicht hier sitzen. Aber so ist der Lauf der Dinge nun einmal nicht wahr? Denn gerade als Tom uns von diesem Ort wegbringen wollte, ertönte ein Kreischen oder vielmehr ein Heulen. Wir erstarrten. Dann wurde es zu einem Wort. Du! donnerte es. Wir drehten uns gleichzeitig um und sahen eine alte Indianerin, vermutlich älter als ich es jetzt bin. Sie hatte das Mädchen aus der Kaschema am Arm gepackt und zerrte es hinter sich her. Es war nicht mehr schön und würde es vermutlich auch für lange Zeit nicht mehr sein. Das Gesicht der jungen Frau war zerschmettert. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Die Lippen waren geplatzt, die Wangen blutunterlaufen, das eine Auge war so stark angeschwollen, dass sie es nicht einmal für König Philipp persönlich hätte eröffnen können. Sie weinte. Ich vermute, dass alles ziemlich wehgetan haben muss. Ich stellte sie mit offenem Mund an. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Ich folgte dem Blick der alten Frau zu Travis. Er wirkte nicht schockiert. Er saß nur da und grinste so furchtbar wie immer. Das bedeutete ihm nichts. Tom sah von der Frau zu Travis und knallte mit der Peitsche. Er nahm den Blick nicht von der Straße, bis wir den Ort hinter uns gelassen hatten. Aber die alte Frau blieb nicht stehen. Sie zerrte das Mädchen mit sich und die Beine rannten neben dem Wagen entlang. Du hast das getan, schrie sie Travis mit einem so schweren Akzent an, dass ich sie kaum verstehen konnte. Travis grinste noch breiter und zuckte mit den Schultern. Dann warf die alte Frau das Mädchen zu Boden und zeigte auf Travis. Einige ihrer Worte konnte ich nicht verstehen und inzwischen glaube ich, dass sie nicht alles aus der englischen Sprache stammten, aber einen Satz hörte ich genau. Es war der wichtigste von allen. Verflucht seist du, du schwarzherzige Bestie! Der Wenigo wird dich holen! Er wird euch alle holen! Schon bald! Travis kicherte. Und das war alles. Der Wagen rollte weiter und wir saßen schweigend da. Zu hören waren nur das Knirschen der Räder und das Knistern des Tabaks in Travis die Gare, als er es entzündete. Ich sah mich im Wagen um. Tom war reglos. Doc Stanley war nicht so diszipliniert und hätte Travis sich die Mühe gemacht ihn anzusehen, dann hätte er einen Ausdruck der Abschehe auf seinem Gesicht erkannt. Andy wirkte bloß entsetzt, aber es war Joe, der mich am meisten interessierte. Er spähte angestrengt in den Wald und murmelte vor sich hin. Trotz unserer vorherigen Begegnung übermannte mich die Neugier. Ich streckte welchen Schrecken er empfand. Seine Haut war aschfahl, das dunkle Haar schweißgetränkt, aber am schlimmsten waren die Augen. Sie waren weit aufgerissen und die Pupillen erschienen so groß wie Untertasten. Er packte mich an den Schultern. Jetzt wird er zu uns kommen, kreischte er, als wäre er verrückt geworden. Aus den Augenwinkeln heraus bemerkte ich eine Bewegung. Travis versetzte Joe einen raschen Tritt gegen den Bauch. Warte im Mund, verdammter nah, spuckte er aus. Das ist bloß abergläubischer Mist, hier draußen gibt's nichts außer dem, was wir erlegen werden. Werd nicht bei den anderen von deiner Art zurücklassen sollen. Still, rief Tom, während die Adern aus seinem Hals zuckten. So etwas gleich am ersten Tag kann ich nicht gebrauchen. Travis lehnte sich zurück und zog an seiner Zigarre. Joe schaukelte auf dem Boden des Wagens vor und zurück, während Andy am stärksten von uns allen zu leiten schien. Wir rumpelten dahin, drangen immer tief an den Wald ein. Wir hielten erst an, als die Nacht hereinbrach. Als ich das Gefühl hatte, nun gefahrlos etwas sagen zu können, bewegte ich mich leise zu Andy hinüber, der noch immer so aussah, als fürchtete er den Sohn Gottes. Alles in Ordnung mit dir? fragte ich ihn. Nein, spuckte Andy aus, und mit dir auch nicht, du bist nur zu dumm, dass du bemerkst. Ich ließ ihm das durchgehen. Was ist los, was hat Joe gemeint? Andy sah mich mit schreck geweiteten Augen an und sagte, der Wendigo. Nun hatte ich schon zum zweiten Mal an diesem Tag ein Wort gehört, das mir in den ersten 18 Jahren meines Lebens ihm begegnet war. Was ist der Wendigo? fragte ich, nachdem ich schwer geschluckt hatte. Die Stimme, die mir antwortete, war nicht die von Andy. Sie war tiefer und kräftiger. Ich drehte mich um und sah, dass Joe aufgestanden war und sich gegen die Seite des Wagens lehnte. Die Panik, die ihn übergekommen hatte, wich nun immer unter diesem scheinbar stillen Wasserlaute. Der Wendigo begann er. Das ist das Wispern in der Dunkelheit und die Stimme in der Nacht. Er ist der Wind, der den Wild schüttelt, der Donner im Sturm und der Blitz, der ihm folgt. Der Wendigo ist der Tod. Andy wimmerte und rollte sich zu einer Kugel zusammen. Ich sah von ihm zu Joes Gesicht und wie jedes Blut abgeflossen zu sein schien. Da mischte sich Doc Stanley ein. Ist doch alles bloß Aberglaube und Mythos, sagte er. Nichts davon entspricht der Wahrheit. Es sah Joes scharf an. In diesem Blick lag der nicht gerade subtile Befehl den Mund zu halten. Der war es nicht der richtige Ort den Verstand zu verlieren. Joes wollte jedoch nicht schweiken. Kein Mythos, sagte er. Meine Ahnen sind vor langer langer Zeit in dieses Land gekommen. Und sie haben eine Weisheit mitgebracht, die euresgleichen schon lange vergessen haben. Unsere Geschichten sprechen von einem Buch, älter als jeder Mensch, aber geschrieben in einer Sprache, die jeder lesen kann. In diesem Buch befindet sich auch die Legende vom Wendigo. Vor langer Zeit, vor dem Zeitalter der Menschen, wandelte eine Rasse über diese Erde, deren Namen wir vergessen haben, falls sie nie kannten. Doch mein Volk spricht noch immer von ihr. Es sind die großen Alten, Kreaturen der Legende, die viele Äonen lang über die Wälder und Ebenen, über die Meere und sogar den Himmel geherrscht haben, aus dem sie gekommen sind. Manche sagen, sie seien Götter gewesen, aber das glaube ich nicht. Sie waren grausam und kaltherzig, sie schwelgten im Schmerz und ihre Herzen waren von Hass erfüllt. Damals war die Welt noch von Dunkelheit bedeckt, und wenn es schon Menschen gegeben hätte, die ihre Grausamkeit beobachteten konnten, hätte sich der Schmerz darüber tief in unseren Erinnerungen eingebrannt und wäre auch heute noch nicht verschwunden. Einen gab es, der über alle anderen herrschte, einen, der sie erschuf und formte. Wir sprechen seinen Namen nicht aus und so werde ich ihn hier auch nicht nennen. Die Alten waren seine Brut und so Tausenden waren sie, aber er liebte eines dieser Wesen über alle anderen, seine Tochter Lillithu. Lillithu war so schön, wie sie verdorben war. Sie gab sich freiwillig ihren Brüdern hin, den Söhnen des Dunklen. Doch einem ihrer Art, Vitiko, den es am stärksten nach ihr gelüstete, verweigerte sie sich. Aber das war alles Teil ihrer List und ihres Spiels. Sie ging zu ihrem Vater und flehte ihn an, Rache an Vitiko zu nehmen. Zum Spott all dessen, was heilig ist, wurde Vitiko vor seinen Vater gebracht, der mit ihnen Gerechtigkeit widerfahre. Vitiko wurde nicht getötet. Er wurde all seiner Macht und Befehls Gewalt auf dieser Erde und sogar seines Namens behaupt. Du sollst fortan Venigo heißen, brötte sein Vater. Du sollst allein über die Erde wandeln, aber sie wird dich nicht nähren. Du wirst weder von den Pflanzen der Wälder noch von denen der Ebenen essen, und du wirst auch nicht die Tiere verzehren, die uns umschwärmen. Schmerz wird alles sein, was du kennst. Und so wurde der Venigo von seinen Brüdern verbannt, und in Schmerz und Finsternis reiste er durchs Land. Die Haut spannte sich fest über seine Knochen und sein Hunger brannte genauso hell wie sein Hass. Und nun trat eine neue Kreatur auf, die dem Venigo nicht verwehrt war, denn sein Vater hatte sie nicht gekannt. Das war der Mensch und ihn konnte der Venigo essen. Seitdem jagt der Venigo in den seine Fähigkeiten, aber es nährt ihn nicht. Nie wird sein Hunger gestillt und nie wird sein Hass gelöscht. Das ist der Venigo und jetzt wird er uns jagen. Ha! Spuckte Doc Stanley aus. Genug davon, es gibt keinen Venigo. Und was ist mit den Geschichten? Nur mit der Andy, der sich in den Fängen seiner Angst fand. Nichts als seine Geisteskrankheit, erwiderte der Arzt sachlich. Wartet, sagte ich und mischte mich zum ersten Mal ein. Heißt das, dass diese Geschichten wirklich noch immer im Umlauf sind? Bis zu diesem Augenblick war mir Joes wirres Gerede nichts, als ein Mythos aus vergangenen Zeiten erschienen, aber der Arzt schien ihm in seiner Einlassung nur als Gewicht zu geben. Nun, erwiderte der Doktor und geriet in Stocken. Die Legende hat Es heißt, dass der Venigo seine Opfer nicht bloß verschlingt. Er nun hielt er inne und betrachtete seine Hände. Ach, das ist Unsinn. Wir sollten nicht mehr darüber reden. Er nimmt dich, warft Jo ein. Sein Geist ist stark, stärker als deiner. Doch sein Körper wurde vor langer Zeit eingekerkert, zusammen mit allen anderen Alten. Sie sprechen jetzt nur noch durch Träume zu uns. Aber der Fluch hat dem Venigo Kräfte verliehen, die über die der anderen hinaus gehen. Er lebt, muss allerdings die Gestalt eines Menschen annehmen, wenn er an dieser Welt teilhaben will. Wen immer er nimmt, es dazu verdammt, sich vom Fleisch seiner Brüder zu nähren und durch die Augen, die nicht länger die sein sind, zu sehen, wie der Venigo in seiner Umgebung verzerrt. Das ist eine Art geistiger Defekt, rief der Arzt und zeigte damit sowohl seine Frustration als auch eine Spur von Zweifel. Es ist bekannt, dass ihm gewisse Indianerstämme in dieser Gegend manchmal erliegen. Die Legende des Venigo wurde erfunden, um ihren plötzlich auftretenden Irrsinn und ihren Kannibalismus zu erklären. Das ist alles. Es sind Wahnsinnige, sonst nichts. Und wenn du weiter an solchen Unsinn redest, werden wir vermutlich während der nächsten Monate ebenfalls den Verstand verlieren. Vielleicht wäre dieses Streitgespräch noch einige Stunden fortgesetzt worden, hätte Tom nicht den Wagen in diesem Augenblick zum Stehen gebracht. Wir waren am ersten unserer Lagerplätze angekommen. Die Arbeit der folgenden Stunden führte dazu, dass wir sowohl den Fluch, der über uns gelegt worden war, als auch den Wendigo rasch vergessen hatten. Aber als ich in jener Nacht in meinem Zelt lag, hörte ich einen Wispern im Wind, als der erste Schnee des Winters fiel. Ohne dass wir es recht bemerkten, wurden wir weit ganz von unseren Pflichten in Beschlag genommen. Während die Luft kälter wurde, wurde die Arbeit schwerer. Ich war in einen nachsichtigeren Zuchtmeister gewöhnt, mein Vater. Aber Tom war ohne Gnade. Zweifellos war er der Beste in den Wäldern des Westens. Aber über uns breitete sich eine wachsame Düsternis aus, und als der Mond zunahm, ein Vorhang aus stahlgrauen Wolken heraufzog und der eiskalte Wind durch unsere Zelte und unsere Kleidung schnitt, war deutlich zu bemerken, dass der schlimmste Teil der Jahreszeit unmittelbar bevorstand. Heute sollten wir früh zu Bett gehen, sagte Tom und beobachtete mit argwöhnischem Blick das schwache Licht der untergehenden Sonne. Bis zum Einsetzen der Dämmerung würde zwar noch eine Stunde vergehen, aber dicke Wolken sorgten für eine vorzeitige Nacht. Jeder muss sich vergewiss sein, dass alles doppelt gesichtert ist. Vertraut mir, wenn ich sage, dass es nachts in einem Schneesturm unmöglich ist, ein Zelt wieder aufzurichten der Arbeit begonnen und zwar wir waren gut vorangekommen, als der erste Schneefall einsetzte. Joe war unser Koch und in jener Nacht war es für ihn nicht leicht eine Mahlzeit zu zu beredten. Wind und Schnee löschten jedes Feuer, so sehr wir auch versuchten es in Gang zu halten. Wir legten uns früh schlafen. Ich stand in der Öffnung meines Zeltes und sah zu, wie der Schnee in immer größeren Mengen niederging. Dann sah ich zu dem ersterbenden Feuer hinüber und bemerkte, dass Joe noch davor saß. Das schwach glimmende Holz gab kaum Licht ab, aber ihm ging es um die Wärme und der verbliebene Schimmer beleuchtete sein Gesicht. Vielleicht war es das Licht oder es waren die Schatten und der Schnee, aber nun bemerkte ich zum ersten Mal, wie sehr Joe in den letzten Wochen gealtert war. Die Furchen in seinem Gesicht waren tiefer. Die Haut war ledriger und spannte sich fester über die Wangen Knochen. Seine Augen waren leer. Es lag keine Angst in ihm, keine Sorge, einfach nur das Nichts, eine kalte Resignation, die mich mehr als alles andere ängstigte. Das mag seltsam klingen, aber ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben sollte. Es heißt, der Mensch sei ein Tier und das mag so sein, aber die meisten Menschen kennen die Natur nicht. Sie sind wie sie, junger Freund, sie leben in der Welt der Städte und wenn sie in die Wildnis sich begeben, dann nur, weil sie dort Entspannung und Frieden suchen. Sie sehen nicht den kalten Mörder, der in der Dunkelheit lauert, den Jäger voller Zähne und Krallen, gekommen und er war heftig und stürzte auf uns nieder wie ein Adler auf seine Beute. Ich lag da und lauschte, während der Wind an meinem Zelt zerrte und der Schnee gegen die Leinwand prasselte, wie Schrot aus einer in der Ferne abgeschossenen Kanone. Ich weiß aber, dass ich in jener Nacht trotzdem schlief. Wie seltsam und unglaublich das auch erscheinen mag. Ja, die Arbeit an Opium und meine Lieder wurden schwer. Mein Verstand umwölkte sich, während ich aus dem Bewusstsein hinaustrieb. Ich habe keine Ahnung, wie viel von dem, woran ich mich erinnere, wirklich und wie viel eingebildet war. Aber in jener Nacht hörte ich Dinge. Nicht nur den Wind und den Schnee. Es begann mit einem Heulen, einem tiefen und fernen Jammern. Ich war mir zuerst nicht sicher, ob es überhaupt da war. Vielleicht stammt es nur aus einem Traum, aber bald gesellten sich weitere Laute hinzu. Es war, als hätten sich alle Wölfe im westlichen Wald zu einem gemeinsamen Ziel zusammengefunden. Aber es war gar nicht das Heulen, das mir die Eiseskälte in die Knochen jagte. Nein, es war die Botschaft dieses Rufes. Es waren der Schmerz und die Angst eines Tieres, das beides eigentlich nicht kannte. Im einen Augenblick ertönte das Geheu überall um uns herum, als ob wir umzingelt wären. Dann schien es plötzlich nur noch in meinem eigenen Kopf zu existieren. Und es veränderte sich. Bei Gott, es veränderte sich tatsächlich. Nun war es nicht mehr der Ruf eines Wolfs. Nun war es der mit Leid der Ruf einer Frau. So tief und so schrecklich waren ihre Qualen. Als wäre ihr die ganze Welt entrissen worden oder als wäre ihr ein Kind aus dem Bauch geschnitten und vor ihren Augen abgeschlachtet worden. Oh, der Schmerz in diesem Schrei. Aber das war nicht das Schlimmste, was ich hörte. Nein, keineswegs böse Laute folgten. Laute, die ich aufgrund meiner unvollkommenen Erziehung nicht beschreiben kann, aber ich wage zu behaupten, dass auch der größte Dichter keine Zeile über sie schreiben könnte. Von Dämonen heimgesucht war der Wald in jener Nacht und in meinen Träumen und hörte und spürte ich die düsterste und schrecklichste Bestie, die ihr Geheu in den Tiefen des Höllenschlurnes ausgestoßen hatte. Auf den Donner folgten die Blitze, Zeichen eines Sommergewitters mitten am Herzen des Winters in jenen Licht blitzen, sah ich Gestalten hinter der dünnen Haut meines Zeltes, Gestalten, die knapp außerhalb meines Blickfeldes tanzen. Und dann mitten in der Nacht und in der Finsternis fiel ein Schatten auf mich, der Schatten eines großen Vogels, einer fliegenden Beute, wie sie das Auge eines Menschen auf dieser Erde noch niemals wahrgenommen hatte. Ihr schreiz riss die Luft und in diesem Augenblick verlor ich den Verstand und sank in ein tiefes gesegnetes Vergessen. Am nächsten Bung erwachte ich im strahlenden blendenden Licht der Sonne, die in mein unoffenes Zelt hereinströmte. In ihrem Glanz erkannte ich die Umrisse von Doc Stanley. Falls sie die vergangene Nacht erschüttert hatte, ließ er es nicht anmerken, sondern zeigte mir ein unbewegtes Gesicht. Aufstehen, sagte er. Joe ist verschwunden. Mit diesen Worten drehte er sich um und ging. Ich zog meine Stiefel an und eilte nach draußen. Das ganze Lager war mit Schnee bedeckt. Ich erinnere mich an die Wölfe und begab mich sofort zur Rückseite meines Zeltes. Ich erwartete dort die Abdrücke von Pfoten, Fell oder irgendein anderes Zeichen von ihnen zu finden. Aber da war nur Schnee, tief und unberührt wie ein Lamm, das noch nie geschoren worden war. Ich sagte mir, dass es alles ein Traum gewesen sein musste oder dass der Schnee die Abdrücke der Tiere überdeckt hatte. Das sagte ich mir, aber schon damals glaubte ich es nicht. Dann hörte ich, wie jemand meinen Namen rief. Es war Tom. Ich ging in die Mitte des Lagers zurück und fand die ganze Gruppe dort versammelt, wo am Abend zuvor das Feuer gebrannt hatte. Tom war sehr ernst, doch Stanleys Mine war noch immer so verschlossen wie das Grab und Andy sah aus, als wollte er in ein Loch kriechen und sich dort verstecken. Travis schien bloß verärgert zu sein. Was ist los? fragte ich. Tom seufzte und sagte, Joe ist verschwunden. Eigentlich sollte er jetzt das Frühstück bereiten, aber er hat nicht mal Feuer gemacht. Vielleicht braucht er Holz, meinte ich. Wir haben gestern welches geschnitten, erwiderte Doc Stanley. Das wusste ich, schließlich hatte ich dabei geholfen, es zu zerkleinern. Vielleicht stimmt etwas damit nicht. Tom seufzte erneut und ich bemerkte, wie ihm der Doc einen müden Blick zu warf. Als Tom nichts sagte, sprach Doc Stanley an seiner Stelle. Er ist nicht auf die Suche nach Holz gegangen, sagte Stanley. Sein Zelt ist leer und es sind auch keine Fußstapfen dort. Nirgendwo. Nicht auf das Zelt zu, nicht von ihm weg. Nichts. Es ist als ob... Andy wimmerte und Doc Stanley verstummte kurz. Er sah mit weniger Verachtung im Blick an, als ich es erwartet hätte und fuhr dann fort. Anscheinend ist Joe verschwunden. Einfach so. Wir haben in seinem Zelt nachgesehen. Alles ist an seinem Platz. Keine Unordnung, nichts ist zerbrochen und nichts fehlt. Sieht so aus, als wäre er mit nichts, als der Kleidung an seinem Leib aus dem Lager spaziert. Oh Gott, stammelte Andy. Joe wusste, dass diese Reise Ärger bringen würde. Er wusste es von Anfang an und jetzt hat es ihn erwischt. Doc Stanley sah Andy an und schenkte ihm einen hasserfüllten Blick, wie ich noch keinen gesehen hatte. Was hat ihn erwischt? fragte Tom. Der Wendigo, rief Andy, ohne sich um Doc Stanley zu scheren. Nein, ist schon wieder dieser Unsinn, sagte Doc Stanley, drehte sich um und ging auf sein Zett zu. Hört mal, nun war Travis an der Reihe. Hier ist keiner, der Joe vertraut hätte. Ich weiß nicht einmal, warum du ihn überhaupt mitgenommen hast, spuckte aus und deutete mit einem langen schmalen Finger auf Tom. Von Anfang an hat die Gefahr bestanden, dass er davonläuft. Und jetzt hat er es ihm getan. Vermutlich hat er uns in der letzten Nacht verlassen. Er hatte Angst vor dem Sturm und ist tief an den Wald gelaufen. Der Schnee hat seine Spuren zugedeckt und nun ist er weg. Wenn ihn die Wölfe nicht erwischt haben, dann war es der Schnee. Vermutlich ist er jetzt unter einem Meter davon begraben. Du hast die Wölfe auch gehört? Fragte ich, ohne lange nachzudenken. Travis Blicke flogen zwischen mir und Tom hin und her und als ich ihn folgte, sah ich die Antwort auf meine Frage in beiden Gesicht an. Nein, Junge, look, Travis, das habe ich nur so gesagt, es gibt keine Wölfe in diesem Teil des Waldes, aber Joe ist tot, so oder so. Tom hatte noch nichts gesagt und ich wusste, dass er vorsichtig war und ich nichts von ihm hören würde. Dann fuhr Travis fort, wir haben trockenes Holz, du wichst ihr den Schnee weg, sagte er zu mir und ich zu dein Feuer an, ich glaube, ich finde etwas zu essen für uns und dann suchen wir nach Joe. Als ich das hörte, war ich sprachlos. Travis tat sonst nie etwas für jemand anderen. Nun sagte Tom, du bist gar kein Koch. Irgendjemand von uns wird das wohl lernen müssen, oder? Mit diesen Worten drehte er sich um und ging davon. Ich machte mich daran, eine Stelle für ein Feuer freizuräumen und schon bald loderten hohe Flammen. Bevor die Sonne allzu Tag zuvor gefangen hatten. Für einen Mann, der sich mit der Zubereitung von Speisen nicht auskannte, hat er sich recht gut geschlagen. Ich hatte nie viel von Joes Kochkünsten gehalten und fand das, was Travis uns hier vorsetzte, genauso gut. Ich aß sogar mehr als gewöhnlich. Ich war hungrig, aber Travis schien zweifelnd an seinen eigenen Fähigkeiten zu haben und aß fast nichts. Habt keinen Hunger heute Morgen, sagte er. Mit seinem Magen sei etwas nicht in Ordnung. Wir sind schnell. Wenn Jo noch lebte, mussten wir ihn schnell finden. Tom gab uns unsere Befehle. Jeder sucht sich einen geraden Weg von hier und weicht nicht von ihm ab. Wir durchkämmen den Wald so gut wie möglich. Aber ich möchte nicht, dass noch jemand verloren geht. Wenn ihr zurückkommt, und nutzt eure eigenen Fußstapfen, klar? Jeder nickte und wir machten uns auf den Weg. Bald befand sich das Lager weit hinter mir und ich konnte rechts und links von mir niemanden mehr sehen. Der Wald war dicht. Und wenn Jo von dem Sturm unter einem Busch oder Baum gekrochen war, würden wir ihn nicht finden. Da der Schnee so hoch lag, würden wir ihn erst bemerken, wenn irgendwas davon auch nur teilweise da war und sprach, hätte Jo niemals sein Zelt verlassen, zumindest nicht freiwillig. Niemand hätte das getan, insbesondere niemand, der so abergläubisch war wie er. Jo war kein Feigling, das würde ich niemals behaupten, aber ich würde es auch nicht als Mut bezeichnen, wenn jemand in ein solches Unwetter hineinschafft. Und das kann nur eines bedeuten, jemand hat ihn geholt. Allerdings jemand, der so groß sein musste, denn Jo war ein starker Mann. Sein Angreifer hatte keinen Laut von sich gegeben, hatte nichts in Joes Zelt durcheinander gebracht und keinerlei Spuren hinterlassen. Der Wald veränderte sich. Ich nahm jedes Geräusch wahr, jeden knackenden Zweig und jedes Knirschen eines Baums. Etwas war da draußen und ich wusste nicht, was es war. und plötzlich spürte ich, wie ein kaltes und bekanntes Augenpaar mich anstarrte. Ich wirbelte herum und spähte in die blendend weiße Wildnis, die mich umgab. Und dann sah ich Jo. Er stand einige hundert Meter von mir entfernt, hatte Arme und Beine weit ausgestreckt, als versuchte er die beiden Bäume rechts und links von ihm zu stützen oder als wollte er die ganze Welt umarmen. Sein Mund stand ein wenig offen und der Kopf war zur linken Seite geneigt. Er war vollkommen nackt. Zuerst wusste ich nicht, was ich tun sollte. Offensichtlich hatte er den Verstand verloren und ich wusste, dass er erfrieren würde. Ich bewegte mich auf ihn zu. Er lebte noch und ich würde mein Bestes tun, ihn zu retten. Aber er rührte sich nicht, als ich mich ihm näherte, obwohl er mich sehen musste. Danach war das etwas nicht stimmte. Joe war ein großer und kräftiger Mann, durch Hetz wirkte er nicht mehr groß. Er wirkte dünn, er wirkte klein, er wirkte leer. Dann sah ich die Seile. Je eines war um die Hände und Füße geschlungen. Sie führten zu den Bäumen neben ihm und ein weiteres Seil reichte zu dem Ast unmittelbar über ihn. Sofort erkannte ich, was das bedeutete und ich wünschte, es wäre mir verborgen geblieben. Ich selbst hatte es schon tausendmal getan. Immer hatte ich dabei ein Waschbären gehäutet und das Feld zum Trocknen ausgelegt. In diesem Augenblick sah ich das Blut, das dort, wo Joes Haut vom Körper gerissen worden war, austrat und unter ihm eine Lache riss mir die Wange so tief auf, dass mir das Blut am Gesicht herunter lief. Ich stürzte dreimal, aber wie durch ein Wunder fand ich mich bald im Lager wieder. Nur Tom war noch dort und ich fiel zu seinen Füßen auf den Boten. Er sah mich an, als hätte ich den Verstand verloren und ein Teil von mir fragte sich, ob das leicht zutraf. Er packte mich bei den Schultern und zog mich hoch. Was soll es bedeuten, Junge? schrie er mir ans Gesicht. Angst lag in seinem Blick, ein Gefühl, das bei ihm nicht oft zu sehen war. Es ist Joe, sagte ich, während ich nach Luft schnappte. Ich hab ihn gefunden. Warum hast ihn ja nicht mitgebracht, fragte Tom. Er wurde aufgeschlitzt, erinnere ich mich gesagt zu haben, gehäutet wie ein Tier. Ja, ähm, kleiner Ausschnitt aus dem Buch, was nicht leben darf. Ich finde die Geschichte so super spannend und hier wird ein richtiger Abfahrt, denn der Wendigo nimmt die Gestalt eines Menschen an und sehr schnell kommt die Truppe auf den Gedanken, dass einer von ihnen der Wendigo sein muss. Anders ist nichts zu erklären. Und dann verschwindet einer nach dem anderen. Also super atmosphärisch geschrieben, sehr, sehr, sehr unheimlich und ja, diese Verbindung immer zum Lovecraftschen Universum in jeder einzelnen Geschichte sind fantastisch. Also dem Autor ist es wirklich gelungen, das so schlüssig zu schreiben und so wundervoll zu machen. Ich fand die, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Geschichten, die Erzählungen, die die Männer dort in der Spelunke von sich geben, viel spannender als die ganze Rahmen-Story, muss ich sagen. deswegen kann ich euch das Buch absolut empfehlen, das ist so lesenswert und besonders weil es diese Kurzgeschichten drin sind, ist es auch immer so was Nettes für zwischendurch und hat super viel Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, das Buch bekommt ihr nur im Shop von Pestas, bekommt ihr nicht im Buchhandel, bekommt ihr nicht auf Amazon, sonst nirgendwo, es hat keine ISBN, es ist aus der Buchreihe Lovecrafts Bibliothek des Schreckens und ich muss sagen, manchmal bin ich sehr skeptisch, wenn man irgendwie versucht, so Lovecraftschen Stil nachzumachen, hier hätte ich gar nicht das Gefühl, hier war es wirklich eine Top-Ergänzung und es hat einfach Spaß gemacht und solltet ihr das Buch auch lesen und gelesen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben oder ihr dann, wenn es auf YouTube kommt, kommentieren, welche Story euch am besten gefallen hat und wie ihr das Buch fandet, ich muss sagen, ich liebe es.